Was stellst du dir unter dem Begriff Future Media vor? Den Begriff muss man, glaube ich, sehr differenziert wahrnehmen. Ich denke da vor allem an die Rolle der Medienunternehmen in der vernetzten, digitalisierten Welt und inwiefern die Unternehmen, also Medienunternehmen als auch generell normale Unternehmen in der PR-Bange beispielsweise miteinander arbeiten können und wie sie das auch den Rezipientinnen zur Verfügung stellen.